Arrrr, ähm, entschuldigen Sie, junge Frau, junge Frau, sind Sie eine Frau oder ein Mann? Ne, Sie tragen einen Rock, Sie sind, glaub ich, eine Frau. Hallo, junge Frau, junge Frau, darf ich Sie was fragen? Darf ich kurz eine Frage stellen? Nur eine, eine ganz kurze Frage. Warum spielen Piraten denn keine Karten? Weil sie auf dem Deck sitzen. Uff, uff, ey, nicht weglaufen. Ich hab noch einen, ich hab noch einen, warte einen Augenblick, Augenblick. Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Don't Think A Lot. Ich bin ja vor dem Urlaub gar nicht mehr gekommen zum Aufnehmen und jetzt mittlerweile kamen ein paar sexy, hexy, super Updates. Ähm, jetzt gehen wir erstmal in die Kneipe. Jetzt geh ich erstmal in die Kneipe. Guck mal da, da ist zum Beispiel schon irgendwas vom neuen Inspect Bottle. Da ist eine Nachricht in der Flasche. Okay, ich wurde in einem Barkampf verletzt, okay. Das sind vielleicht meine letzten Momente. Äh, jemand, der das findet, äh, bitte schmeiß die Flasche auf hoher See raus, ey. Okay. Okay, vielleicht wird sie den Weg zu meiner Familie finden. Okay, äh, no, 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 no. The Ocean Current on the Eastern. End of Crampton should send the bottle off in the right direction. Okay. Äh, Crampton, also bei Crampton hinten rauswerfen quasi. Just in case. Okay, Message in a Bottle. Cool, eine neue Quest. Können wir ein paar Leute einheiern? Nee. Gibt es irgendwas zu labern? Auch nicht. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas Neues? Es gibt auf jeden Fall neue Gebiete. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Crampton. Crampton kennen wir ja schon. Ich wollte mich nur mal hier so ein bisschen umschauen. Ob es irgendwas Neues gibt. Vielleicht noch ein bisschen Planks einkaufen. Hi. Shipgoods. Baby, I need Planks. Alter, shit. Haben wir wahrscheinlich schon beim letzten Mal gekauft. Das ist schon wieder so lange her. Wie viele Cannonballs habe ich jetzt geladen? 199 nur? Ist ein bisschen wenig, oder? Ah gut, aber ich habe noch dick Bombs, Alter. Und Grape Shots haben wir auch noch. Clove brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir haben jetzt ein dickes Schiff. Das heißt, ne? Wir müssen ein bisschen gucken. Ähm, Beef haben wir noch. Wasser haben wir auch noch ordentlich. Karotten, also eigentlich Rum vielleicht. Ja, ein bisschen Ale. Komm, für den Geschmack, ne? Äh, General Medizin. Perlen brauchen wir ja noch nicht. Vielleicht ein bisschen Medizin mitnehmen. Ein bisschen direkt alles ausverkauft. Ähm, Talk. Delivery Job. Haben wir nichts. Back, 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 back. Leave. Okay. Ähm. Na dann. Alter, guck mal hier. Da steht noch eine Frau rum. Und da ist eine Frage. Alter. So viel. Talk. Ähm. This soil just won't grow anything with all that manner. Okay. Ist, äh, gibt's irgendwie einen Unterschied? Oder, ähm, ich dachte, sie wären alle, naja, äh, also Dünger halt scheiße, ne? Eben. Haha. Okay, das ist ein ganz spezieller. Ja, okay. Ist eine, eine, eine spezielle Mischung von verschiedenen Kot-Sorten. Hahaha. Okay. Kann ich irgendwie, kann ich für dich vielleicht irgendwo reinpupen? Ha. The General Store in Nikra. Ach du meine Güte. Muss ich mir das jetzt irgendwo aufschreiben? Soll ich mir das mal notieren? Okay, warte mal. Ich notiere mich. Einen Augenblick. Ich muss mir das mal eben hier notieren. Ähm. Nicht, dass ich, ich weiß nicht, ob es eine Quest-Übersicht gibt oder so. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Äh, ich weiß ja nicht, wo Nikra ist und, äh, ne? Hier, neue Notiz hinzufügen. Text. Nikra. Nein, warte mal. Äh. Ich schreibe das mal hier auf. Nikra. Äh. Dünger. Kaufen. Okay. Für, weiß ich nicht. Nikra Dünger kaufen. Naja, okay. Kriegen wir schon hin. Ich sehe, was ich machen kann. Okay. Special Deals. Krass. Warte mal. Hier war gerade noch irgendwo. Place Bottle in the Water. Ist das hier Crampen? Bin ich auf Crampen? Wo bin ich? Nee, nee, nee. Nicht. Shipyard, Shipyard. Ich dachte, vielleicht hier. Aber ich bin doch nicht in Crampen, oder? Wo sehe ich denn, wo ich bin? Welcome back, Captain Kreiselbart. Build. Govern Shop. Eastern End. Bin ich in Crampen? Warte mal. Ich muss mal eben schauen. Wir gehen mal eben zu Wasser. Guck mal, da liegt so lila abgehangenes argentinisches Piratenrind. Dun, 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 dun. Dun, 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 d-dun, du, 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 du. Port. Ich bin in Crampen. Wahrhaftig. Cool. Dann werfen wir jetzt mal die Flasche direkt ins Wasser. Dann brauche ich mir das schon mal nicht mehr merken. Und dann fahren wir mal auf nach Nikra. Ist Crampen nicht meine Insel? Ich weiß es nicht Und da geht sie hin Okay, ich hoffe, eines Tages wird sie die Familie erreichen Ich habe meinen Namen drauf gelassen, ne, damit ich meine Okay, ja, eine Verletzung in einem Barfight Ist natürlich eine miese Art zu sterben Aber damals, ey, das ist Ne, damals, ich meine, heute hast du Möglichkeiten Die, selbst die schwersten Verletzungen Können eventuell aus Erfahrungsgründen und mit schneller Hilfe Ne, kann das alles schnell Aber früher, Alter, hat ja in einem Barfight irgendwie einer, ne Irgendwo reingestochen mit irgendwas Ey, Crampen ist doch meine Insel, ne, yo Ähm Guck mal, da sind gelbe Punkte, ich weiß nicht Move Map, Alter Alter, guck mal, hier geht es noch runter Nikra, 28 Tage Naja Travel, oder? Attack? Wie Attack? Kann ich mir die unterwürfig machen? Alter Yes, I want to travel auf jeden Fall Okay, ich kann anscheinend jetzt Inseln angreifen und mir zu eigen machen Was? Habe ich einen Mannschaftstypen? Guck mal, Autofeed kann ich machen Cool, Autofeeden Hey Leute, es gibt so coole Sachen Ich bin mal gespannt, was hier noch so auf uns zu Segelt In weiter Ferne Das ist ja nice Kann ich jetzt Autofeeden? Aber verbraucht bestimmt mehr Autofeed ist bestimmt keine Ahnung 10% mehr On Shimogawa I saw the captain stop And a monologue about a rock Who does things like that I'm worse for watching and Commenting on it Okay Ja Sehr schön Jetzt kriegen wir hier so immer so Zwischendialoge oder was Angry Dingy Ach, der Angry Dingy, ich glaub So, wie ging das denn nochmal? Fire Okay Und dann Leertaste oder Enter? Enter Rums, Alter You are victorious Alles klar, guck mal Oh Schön 600 Gold gemacht Ist ja nicht schlecht Ich denke, Piraten könnten auch Lieferjunge sein Ja, ja Dann werd du mal Lieferjunge Hast wohl noch große Träume, ey Guck mal, unser Schiff 100 Mann Haben wir auf dem Boot, Alter 100 Mann Not your mother's booty, Alter Das ist nicht der Booty deiner Mom Guck mal hier Bam, Alter Bam Haha Okay Naja Also War ein bisschen blöd Schimp-HP Alter Guck mal Auf Nikra gibt's nicht mal einen Bootshop Oh Ein bisschen asiatischer, hä? Was ist denn hier dieses Quick-Menü? General Store, Tavern, Port und Back Okay, wir gehen natürlich immer Erstmal in den Ey, guck mal, da ist noch eine Flasche Okay, aber die ist nicht Quest-Relevant anscheinend Okay Okay Talk I need some special manual Carry it Okay Ja, 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 ja Okay, wir lassen es ein paar Tage, ne? Wir nehmen Code von verschiedenen Inseln Und dann legen wir es halt in die Sonne, ne? Hier ist deine Bezahlung Okay Farmer's Note Removed Special Manual Acquired Okay, was? Wood Planks, Baby Wood Planks, Baby Boah, die haben ja ganz schön viele Wood Planks im Angebot Wie viele habt ihr noch? Alter Okay, er hat noch 73 in Stock Klamotten nehmen wir auch nochmal ein bisschen mit Cannonballs Ey, ich weiß nicht Also Cannonballs kann ich eigentlich nicht genug haben Aber wir haben ja noch gut Bomben Food haben wir auch noch genug, Alter Talk, Delivery Job hat er nicht Back Dann liefen wir mal Da lag eine dicke Bombe draußen Ey, Talk Was geht ab? Ähm Du bist einer dieser Piratentypen, oder? Lass mich raten Okay, ja, ich versuche aber nicht der Die fiese Art von Pirat zu sein Oh, ein guter Pirat Dann Hilf mir doch bitte bei ein paar bösen Piraten Okay, was Sie Sie sind gemein Warum? Ah, Alter Die haben echt böse Sachen gesagt Ey Als sie Seine Orangen geklaut haben Okay Okay, und deswegen soll ich sie alle umbringen Weil sie Gemein sind Naja Ich habe Leute in der Taverne Gesehen, wie sie abgestochen wurden Nur, damit irgendwer einen Witz machen kann Okay, ich werde mich darum kümmern New Sidequest The Sea Bully Alter Jetzt kommt aber einiges auf uns zu hier in dem Spiel Ich glaube, ich werde total den Überblick verlieren Und einfach überall hinfahren Dann müsst ihr halt drunter schreiben So, ey Kreis, du hast vergessen Da und da hinzufahren Achso, Moment Dann hole ich quasi Dünger für meine eigene Insel Und vielleicht wird die dann besser Oh, ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen Rumgouverneuren sollen Warte, wir fahren dann mal Fahren mal zurück Wir fahren mal kurz zurück nach Crampton So Da, da will ich hin 28 Tage Travel Yes Oh Mann Das wird natürlich jetzt ein bisschen unübersichtlich Alles hier, ne Naja, egal Rest in Peace Fünf Leute sind gestorben Und minus zehn Moral Ach du Kacke Warum? Wie, was? Crampton ist keine leere Insel Er hat gesagt, Crampton wäre eine leere Insel Geht's doch wohl voll ab, oder nicht? Die Rough Skin Boys Alter Schwede Da sind aber auch Girls an Bord, glaube ich Bei den Rough Skin Boys Oh Ich wollte eigentlich noch das Geschoss wechseln Weil ich gesehen hab, da sind nur zehn Leute drauf Guck mal, Saphira haben wir gekriegt Wasser, Beef Geil Haben wir denen erstmal ihren Kram abgelunzt Schön Würde ich sagen, mach ich doch mal ein Auto-Feed, ne? Just on the Boys Wasser haben wir ohne Ende jetzt, ne? Der Käpt'n hat mir von Flaschen erzählt, die in den Ozean geworfen wurden Irgendein Typ wurde in einem Barfall erwischt, ja Und das letzte war, dass diese Message zu seiner Familie gesendet wird Tja Frage ist aber, äh Kommt jemals die Post bei der Familie an? Das ist die Frage Irgendwann werde ich bestimmt irgendwo eine Person treffen, die sagt Oh, äh Du bist also Kreiselbart, der berüchtigte Pirat Dein Name stand, und danke, dass du die Nachricht gesendet hast Und ja Hier gibt's 1000 Gold oder so Boah, Auto-Feeden finde ich eigentlich ganz geil Aber es kommen keine Gegner, ne? Keiner traut sich an unser Big Ship Guck mal, da No Active Quests steht da immer Das ist ein bisschen verbuggt, glaube ich, hä? Oogie go, oogie go Kann ich hier Leute anheiern? So Wir wollen immer die volle Crew, Mann Immer Gold Nuggets So, hier im Laden gibt's wahrscheinlich nichts So, Talk Da, hier, hier ist dein Special-Zeug, Alter Oh, yeah 2500 und Special-Manuel Achso, ah, spezielle Lieferung Quasi Da, hier, der Special-Dünger So, gibt's neue Chips eigentlich? Noch größere, stärkere, bessere, härtere? Bye Ne Du hast nichts Dann kriegst du auch nichts So, ähm Wo fahren wir denn jetzt als nächstes mal hin? Können jetzt ein bisschen Explorern, hä? Dora Explorer So, äh Was hast du an Holzplanken für mich zum Reparieren? Der hat hier immer nichts, ne? Backspace Vielleicht kann ich dir ja mal was verkaufen Ich verkaufe das an meine eigene Infrastruktur Haha Ein paar Saphire Bisschen Geld gemacht Ähm Hast du noch irgendwie was? Talk Keine Delivery-Jobs Gibt's ja nicht Das ist ja jetzt ein bisschen frech eigentlich Naja Ähm Aber wo wir grad hier sind Bauen kann ich nichts mehr Govern Daily Profit Happiness Ähm Vielleicht ein bisschen mehr Farm Aber guck mal Warte mal Trading runter Farming rauf Bringt gar nichts Aber die Happiness ist auf 100 Das ist wichtig Trading wieder hoch Vielleicht mehr Mining Für mehr Profit Hm Mehr Defense 50 Leute können hier nicht mehr wohnen Oder Ey so Daily Profit ist aber echt Was ist denn hier los? Warum ist die Farm Warum muss die Farm so weit runter gehen? Machen wir Trading auf voll Weil irgendwie müssen wir auch meinen und Farmen Sonst Hm Ich weiß ja nicht 42 Können wir nur mehr machen? Ja Weniger Defense Aber dann sind die Leute unglücklicher Mich wird doch niemand angreifen Mich wird doch niemand angreifen Niemand wird sich das trauen So wir können ja mal Ja komm Nach Gazpacho Warum nicht? Trouble Oder sollen wir mal attacken? Soll ich mal attacken? 15 You have 100 Crew Members Ich werde Gazpacho angreifen The Guardians of Shimogawa Okay Die Wächter Die Wächter Bam Alter Rums Komm schon Yes Sehr schön Ach das ist jetzt erstmal die Hinfahrt 4% Food haben wieder Spoilt Ganz klar Ship HP Wir können das Ship mal ein bisschen Reparieren Ich will da nicht mit einem kaputten Schiff Ankommen What the Okay Jetzt greifen wir Gazpacho an Gazpacho is captured Alter Alter Hier auf Gazpacho Ist ja gar nichts los Mexiko Arrrr Gazpacho gehört jetzt mir Store bauen Und Shipyard Gazpacho Farm wird hier wahrscheinlich eh nicht gut laufen 20 Population Trading Mining Okay cool Die Musik erinnert mich ziemlich hart an Monkey Island so ein bisschen Ich liebe diese Piraten Musik Einfach I Lad Want to help me out I can pay you quite well Okay Du kannst Okay Dann Bin ich um zu helfen Klar Wenn es Gold gibt Bin ich immer am Start Alter Okay Ähm Kleine Piraten crew Ne Food thief Sie nehmen nichts Außer Essen Okay Alles klar Ja ja Das Rotten thief Only travels Between Here And Marina Okay So if you journey either Ja Alles klar Den Rusty Bucket Müssen wir finden Okay Only travels Between Here And Marina Also müssen wir nach Marina Fahren Okay Alles klar Aber wir gehen erstmal hier in den General Store Und talken Vielleicht gibt es hier was Nein gibt es nichts Dann kaufen wir Güter natürlich Was alter Okay Aber Planks sind am Start Jede Menge sogar Finde ich ganz gut Aber ich will mein Schiff jetzt auch nicht mit Planks Überladen Food haben wir eigentlich auch noch genug General Vielleicht ein bisschen Medizin Für den Notfall Tja Okay Jetzt müssen wir natürlich neue Leute anheuern Der Kampf war hart Hire crew baby Yes Nehmen wir alle mit Weg Wir haben die Kohle Wir haben noch Kohle haben wir da Also Und man muss investieren Hier stehen so ein paar Kakti Ah Alter Jetzt werde ich ja der üble Insel Typ Gucken ob es hier ein geiles Schiff gibt Im Shipyard Gibt es hier was besseres als meins Ne Oder Boah die hat 32 Guns 150er Crew So 22,5 kostet die Okay Okay Das können wir ja schon mal vormerken Alter Es gibt doch noch höhere Schiffstufen Boah Irgendwann bin ich voll der Future Pirate Mit einem Megaship Giant Pirate Megastore Ship Aber sieht hübsch aus hier ne So ein bisschen verwachsen alles Wir haben natürlich jetzt erstmal was gebaut Wohnen auch noch nicht so viele Leute hier Dann auf nach Marina Travel oder attack Äh Ist Marina denn groß 22 100 Members Ja holen wir uns gleich Alter Da ist schon der Rusty Bucket Okay der Rusty Bucket Ist kein sehr großer Gegner Grapes Oh was Ich dachte der wäre down Ich habe alle ihre Crewmember zerstört Einfach äh Fünf gestorben Was Die See alter Die raue See Oh was Ich habe es gerade repariert Naja Es dürfen nicht zu viele Leute sterben Wir müssen natürlich mit Mehr Moral Warum können wir Hier Beef on Was Wir haben kein Rum Und kein Ale Das kann nicht sein Alter 24 Crew Members Das sind Gelostet Wir haben Marina gecaptured Alter hier ist ja gar nichts Hier ist ja gar nichts Oh shit Alter Okay Das wird ein harter Wiederaufbau Und ein teurer vor allen Dingen Aber wir gehen Ich gehe erstmal einkaufen Bevor ich überhaupt irgendwo mein Geld ausgebe Ey du siehst aus Was stimmt mit dir nicht Das ist eine Insel mit guten Menschen Wir können sie nicht retten Das Trinkt 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 Nach einer sehr Ausweglosen Situation Was geht denn vor Ich weiß Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich Aber Ein Fremder Hat mir die Heilung Zu einer Krankheit gegeben Okay Warte mal Stranger Give me the cure Achso Strikebow Sendogo In Shimogawa Sind betroffen Und er kann Ich kann nur eine Insel retten Okay Ist jetzt merkwürdig Oh man Tough decision Alter ich muss Die Heilung Zu einer Insel bringen Von beiden Aber welche wird es sein Welche werden wir retten Ein paar Planks kaufen So Food Alter Wir brauchen Oh was Es gibt kein Dings mehr Ale Oranges Beef Und Water Das ist wichtig So Ähm Medicine Die Crew ist so riesig Ne Da muss man natürlich Obwohl Hast du noch eine Delivery Quest Oder so Vielleicht Nö Hat er auch nicht Oder sie Boah Naja Freunde Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Episode Beim Aufbau von Wo sind wir jetzt eigentlich Ich weiß es gar nicht Auf welcher Insel Marina glaube ich Heißt die Insel Ähm Und wir könnten natürlich Dinge bauen Und sie wieder aufbauen Es wäre aber allerdings Sehr teuer Und dann hätten wir erstmal Gar kein Geld mehr Und ich will mich nicht überkaufen Weil ne Wir müssen Wir brauchen ja natürlich noch Essen und so Aber Freunde Wir sehen uns In der nächsten Episode Von Downsync Und das solltet ihr auch nicht tun Deswegen einen wunderschönen Tag Nachmittag Egal was ihr gerade macht Auf Wiedersehen Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal